Jalit kocht Mit Produkten aus der Region für die Region Grüezi miteinander. Im Frühling habe ich immer Lust nach feinen Salats. Heute zeige ich Ihnen einen Gourmet-Salat mit Rhabarber und Schafskäsel. Den Gourmet-Salat gibt es das ganze Jahr durchfrischt, aber immer in verschiedenen Zusammensetzungen. Es sind jedes Mal 6-8 verschiedene Sorten dabei. Werner Brauchart des Mauters baut die verschiedenen Pflanzen auf dem Biohof Wiedacher an. Und das mit einem grossen Aufwand. Die einzelnen Salats werden von Hand gepflückt oder gezupft und dann zusammengestellt. Für vier Personen brauche ich eine Schale Gourmet-Salat. Die Bio-Rhabarber wächst bei Thomas Heckli in Benzenschwil. Den Waldhonig gibt es unter anderem von Albert Stirnima in Buri. Schafskäseli produziert Franz Schäuber im Bäromöster. Der Öpfel-Balsamico kommt vom Josef Bucher vom Südhang Zeschenbach. Und dann brauche ich noch Rapsöl, Salz und Pfeffer. Den Gourmet-Salat habe ich kurz gewaschen. Den Rhabarber halbieren, schneide ich sie in ein Stückchen und gebe sie in eine Schüssel. Da kommen jetzt zwei Esslöffel Waldhonig dazu. Dann mache ich es mit einem Löffel untereinander, so dass alle Rhabarber mit Honig bedeckt sind. Das kommt jetzt auf einem Wachpapier für etwa 5 Minuten in 200 Grad heissen Ofen. Nachher sollte es etwa 10 Minuten abkalken. Für die Salatsauce nehme ich 5 Esslöffel Rapsöl, 3 Esslöffel Apfel-Balsamico, Salz und Pfeffer und mache das gut untereinander. Den Gourmet-Salat mische ich mit der Soße und verteile es auf Dauer. Darauf kommen die Backen-Rhabarberen-Stücke. Und dann noch ein paar Schnäffel vom Schafskäseli. Das ist jetzt doch ein wunderbar schöner Frühlingssalat. Und dann noch etwas. Ich habe immer wieder Leute, die sagen, sie haben die Schafskäse nicht gerne. Dann gebe ich ihnen von dem zu probieren und sie sind immer wieder überrascht, wie fein das ist. Ich danke Höfli fürs Zuschauen, wünsche ihnen eine gute Woche, ade miteinander. Mit Produkten aus der Region für die Region.